So, willkommen zurück zur Folge, also 18 Eier, Folge, 18 Eier, Folge 21, oh mein Gott. Und wir melden uns zurück, hier ist der Running Man, weil wir brüten heute die Eier im Laufen und legen gleich direkt los. Denn wir haben keine Zeit. Wir fangen an mit einem Halola Dicta mit 1400 Sternenstaub, zweiter Satz. Und das nächste kommt, denn wir sind auf dem Weg zu einem Mewtwo Raid, nein, zu zwei Mewtwo Raids. Das erste Kontinentale, ein Pandimors mit 1600, kann es mit allen aufnehmen, bester Satz. Rest leider nicht so prickelnd. So, erstmal schauen wir, ob wir überhaupt langlaufen. Und das nächste, Halola Dicta, das Sternstück läuft natürlich wieder. 2400, bester Satz, KP15. Das ist doch mal eine Ansage, zumindest vom Sternstaub her natürlich. Und das nächste, Halola Kleinstein. Für den Ismo natürlich wieder, der freut sich ja immer, wenn ich Kleinstein bekomme. Jetzt habe ich natürlich nicht auf den Staub geachtet, aber leider nur zweiter Satz. Laufen wir hier vor. Und die Sonne blendet, die Sonne brennt. Und das Porender schlüpft. Das nächste Kontinentale mit 1800 Sternenstaub. Aber auch nur zweiter Satz. Und es ist ziemlich warm. Also die letzten Tage war es richtig kühl. Heute brennt die Sonne wieder aus allen Löchern. Und das nächste, Halola Dicta mit 1480, bester Satz, KP15. Außerdem habe ich auch gerade noch gegessen. Deswegen wird mir jetzt richtig schlecht vom Laufen. Aber ein kleiner Verdauungsspaziergang muss drin sein. Halola Kleinstein mit 1200, aber auch nur zweiter Satz. Wir brüten immer noch an dem 1-10er-Ei, weshalb jetzt wieder nur 8 statt 9 Eier kommen. Das nächste, Halola Wullpix, ist auch dabei. Hat aber nur, nee, bester Satz, aber KP nur wirklich hoch. So. Das waren, glaube ich, auch schon alle 8 Eier. Wir werden jetzt nochmal aufrüsten, werden uns zum Löwen begeben. Wir werden den Mewtwo-Raid machen und den am Theater, den nächsten auch noch. Also gleich Doppel-Raid, Mewtwo. Und wir melden uns zurück, wenn die nächsten 8 bzw. 9 Eier aufgehen. So, willkommen zu Teil 2 und wir melden uns live zurück, wenn das 10er-Ei aufgeht. Diesmal haben wir es direkt hier reingeschnitten, sonst verpasst man das ja immer. Aber jetzt kann ich es wenigstens live kommentieren. Und es ist ein Barschwer mit 3200 Sternenstaub. Das Sternenstück ist leider nicht an, das ist erst jetzt an, wenn die nächsten 8 kontinentalen Eier aufgehen. Also bis gleich. So, der Running Man ist zurück und ich bin so schnell gerannt vorhin. Ich habe im Park noch ein wildes Karpilz angetroffen. Das wollte ich natürlich eintüten. Habe einen Ball geworfen, gekurvt, eine Bäre drauf. Und was ist passiert? Natürlich, es ist ausgebrochen, es ist geflohen. Keine Chance, es war sogar Wetter geboostet. Jetzt werde ich nie die WP, ach, die IV erfahren. Aber doch, die hat mir nämlich der Horst hier verraten. Aber wir blenden live wieder rüber auf die Eier, die jetzt schlüpfen. Sternenstück ist natürlich auch aktiv. Und wir schauen mal, was da jetzt alles ausgebrütet wird. Wir fangen dann an mit einem Alola Dicta. Mit 1600 Sternenstaub. Zweiter Satz. Ja, das geht natürlich besser. Es sind natürlich wieder 8 Eier. Wir haben gerade noch einen 5er aufgesammelt. Das geht natürlich erst in 5 Kilometern auf, weil ich die ganze Zeit keins bekommen habe. Ein Alola Wulpix mit 2200, bester Satz, Verteidigung. Aber auch nur wirklich hoch. Wir hoffen natürlich immer noch auf einen 100er Kangama, auf einen 100er Taurus. Aber nicht auf einen 100er Mautzi. Denn das haben wir schon. 1200, bester Satz. Aber auch nichts Gescheites. Kommen wir zum 4. Das ist dann schon die Hälfte. Und es ist so viel passiert heute. So viel los. Ich muss 100 Videos heute hochladen. Ein Alola Slimer mit 2400 haben wir auch dabei. Bester Satz. KP 15. Aber das war es auch. Immer noch kein 100er dabei. Weder von dem normalen, noch von dem Alola. Und das erste Kontinentale jetzt. Ein Borenta. Mit 2100 Sternenstaub. Aber nur der zweite Satz. Ja, die Mac ist natürlich im vollen Gange. Da werde ich dann auch noch ein kleines Video hochladen. Ein Alola Dicta. Jetzt mit 1200 Sternenstaub. Bester Satz. KP. Aber auch nur wirklich hoch. Denn ich bin heute nicht auf der Mac. Wir sind ja morgen erst da am Samstag. Aber ich habe natürlich einen Spitzel hingesandt. Der schon mal vorab checkt, was da los ist. Was da abgeht. Das nächste Dicta mit 1400 Sternenstaub. Leider nur zweiter Satz. Und das müsste jetzt schon, glaube ich, das letzte Ei sein. mit nochmal einem Kangama. Und jetzt ist es doch das Wunder da. 1361. Leider nicht. Aber 2080 Sternenstaub. Bester Satz. KP. Aber auch nur wirklich hoch. Ihr habt ja gesehen, das 98er war auch schon über 1400. Das war natürlich noch nichts. Aber es ist ja noch nicht die letzte Folge. Das geht ja alles noch bis zum 8. 8. Oktober. Genau. Das müsste der Montag sein. Und bis dahin kommen auch noch weiterhin Folgen. Also am Samstag, am Sonntag, am Montag. Drei Folgen müssten noch kommen. Und wenn da nichts dabei ist, dann fräse ich einen Besen. Aber bis dahin erstmal Peace out. Vorhaut, euer Running Ramses.